Willkommen zurück, Abenteurer! Wir spielen weiter Trine und kümmern uns jetzt um den Throne des verlorenen Königs. Los geht's! Finde ich aber auch. Also ich finde, es sieht cool aus. Sieht richtig cool aus. Und wer zersiegt? Wer zersiegt jetzt? Oh oh. Ah, ich hätte da oben drauf gemusst. Gut zu wissen. Hättest du wohl gern? Hättest du wohl gern? Oh, nicht gut. Ich knall so lange auf dieses Ding, bis es runterfällt und da unten ist was gestorben. Schöne Sache. Okay, dann tun wir das, was wir am besten können. Das Ding hier näher ranholen. Und ein bisschen... Ah, fallen! Au, au, au. Ah! Ah! Ah, immer diese Biester, die nicht wissen, wann sie verloren haben. Verschwindet! Weg! 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 Nicht gut, was mach ich denn immer? Ah! 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 Oh nein! Oh nein! Shit! Shit! So ist jetzt Ruhe! Ja! Äh, wo willst du hin? Komm mal bitte wieder zurück! Ich wollte gar nicht wieder nach unten! Ah doch, wollte ich! Ich sehe nämlich gerade, hier ist noch ein bisschen... Erfahrung! Meine... Ein Level ab, darum kümmere ich mich gleich! Ich muss nur vorher erstmal sicher nach oben kommen! Shit! Okay, mache ich doch erstmal das! So, drei Punkte... Kisten! Was ist denn bei der nächsten Stufe? Sagt mir das mal bitte! Ich denke, das werden dann drei Kisten gleichzeitig sein! Und es sind... Erlaubt sind vier... Kisten! Das klingt doch gut! Hier kann ich nichts weiter machen! Hier könnte ich was machen! Was gibt mir denn das letzte Level davon? Zeig her! Der Ritter besitzt vorübergehend höhere Geschwindigkeit, um Gegner zurückzuschlagen! Besonders geeignet bei Gegnern... Achso, das hatte ich schon! Überrennen! Verleiht dem Ritter übermenschliche Geschwindigkeit, um Gegner zurückzuschlagen! Diese Fähigkeit tötet keinen Geg... Tötet keine... Kleine Gegner sofort! Okay! Also dann! Lass mich in Ruhe! Ich kann mich nicht wehren, ihr Schweine! Oh shit! Hey! 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 Wer will noch? Oh shit! Ich hab' nicht shh' gesagt! Komm schon. So. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir jetzt? Ich bin jetzt hier unten relativ gefangen. Und ich komme auch nicht so schnell wieder rauf. Dap, 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 dap. Au, ich bin durchgerutscht. Wie gemein. So ein Mist. Ich muss hier unten bestimmt was draufstellen, aber das kann ich ohne meinen Magier-Typi, kann ich das nicht. Los, weiter, runter. Das glaube ich nicht. Ich komme hier nicht hoch. Ich bin doch nur hier rauf. Ich bin hier ganz allein hier unten. Ich will meine Freunde zurück. Komm schon, das muss doch genügen. Danke. Also ich denke, ohne den Magier bin ich jetzt zu Recht ein wenig aufgeschmissen. Shit. Das ist schon eine äußerst fiese Gemeinheit. Komm schon, dreh dich weiter. Nicht doch. Shit. Dreh dich, Karussell des Todes. Sonst komme ich hier im Leben nicht mehr raus. Wenn du jetzt stecken bleibst, ne? Wenn du jetzt stecken bleibst, hasse ich dich auf ewig. Na, Gott sei Dank. Das geht auch schneller. Das geht auch viel schneller. Husch. Wow. Okay, jetzt heißt es ab nach oben. Jetzt bin ich unten durch. Jetzt bin ich unten durch. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Und was geschieht? Diese Tore gehen auf. Dann nehme ich mir mal lieber wieder meine tolle Bogenschützin hier. Die ist echt knurkig, ist die. Ich gehe mal erstmal hier unten weiter. Und stelle fest, hier ist nichts weiter. Geht weg. Die nächsten bitte. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ja. Ja. Oh, was kriege ich denn Feines? Irgendwas Leckeres? Schnellköcher für Dieben gefunden. Versuch dein Glück ruhig. Es wird dir nichts nützen. So, das hier ist der Schnellköcher. Mit dem Schnellköcher kann die Dieben ihre Bögen schneller nachladen. Nächste Stufe erlaubt der Dieben noch schneller zu ballern. Da investiere ich doch direkt mal hier rein. Ja, ist doch nett. Damit kann man schön die Gegner zuspammen. Zack. Autsch. Was? Die Axt war doch schon weg. Oh Gott. War das gut oder war das gut? Hä? Wisst ihr was? Ich brauche meine Krieger, sonst wird das hier nichts. Und zack. Das war jetzt freiwilliger Tod, ne? Okay, meine Hübsche. Du bist an der Reihe. Okay. Los, los, hoch, 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 hoch. Ja, 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 jetzt. Geh da hoch, du. Danke. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Wow. Verschwinde endlich, Mann. Diese Untoten wissen einfach nicht, wann die verloren haben. Einfach spammen, einfach draufspammen. Zack, zack. So, mein Freund. Du kannst vier Kisten holen, habe ich gehört. Dann fang mal an. So viele brauche ich auch gar nicht. Ich brauche nur... So, das reicht mir eigentlich schon. Oh! Entschuldigung, Skelett. Ich würde gerne wieder hier rauf. Natürlich nur, wenn das genehm ist. Ah! Oh, wie ich dich hasse. Oh! Ja, ja, ja. Ah, der Hemm, der Hemm. Ich bin doch nur da rüber. Verdammte Boogie-Männer. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe keine Chance, da rüber zu kommen wegen denen. Ich bin doch nur da rüber zu kommen. Hey, ich bin gar nicht gesprungen. So, und jetzt ganz ruhig. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Seht ihr, ist doch alles ganz easy. Na, wer ist jetzt unten, du Sau? Haha! Okay, jetzt gehen wir mal weiter und gucken, was die Zukunft für uns bereithält. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Es reicht's ja wohl. Runter von mir. Ja, glaub ich's denn. Ah! So, jetzt könnt ihr mich mal herkommen. Ah! Und ob da noch was lebt, ich weiß ja nicht. Ja, wie sauber aufgeräumt. So, jetzt hole ich mir noch schnell die Flasche und dann würde ich auch sagen, ist für heute wieder Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Also, jetzt hole ich,